Hallo, es ist ein Tag danach und zwar ein Tag nach meiner gynäkologischen Untersuchung in der 30. Schwangerschaftswoche und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache das mal ganz frisch, das Video, das passt gerade ganz gut. Übrigens, die Geräusche, die ihr da hört, die sind vom Attila, weil der schleift gerade da oben das Tiny House ab und ja, es sind ein bisschen wilde Geräusche, ich glaube, ich gehe mal gleich noch woanders hin, wo man das Schleifen nicht so hört, weil die Grillen, die sind auch gerade so laut. Bis gleich. Ich habe mir jetzt ein kleines Fleckerl am Bach gesucht. Man hört zwar die Schleifgeräte immer noch ein bisschen im Hintergrund, aber schaut euch mal den entzückenden Bach an, der da durchs Grundstück geht. Das ist auch da, wo die Mühle betrieben wird. Also, jetzt nehmen wir auch früher. Ich weiß gar nicht, ob das noch funktioniert, aber wie auch immer, das Plätschern vom Bach ist, glaube ich, ein bisschen cooler als für die Schleifmaschine. Okay, es wird ein kurzes Video. Also, der Termin beim Kynäkologen war ganz super, weil er hat mich gleich begrüßt und hat gesagt, sie kommen da so schwungvoll rein, wie geht es Ihnen? Und da habe ich gesagt, ja, eigentlich recht gut, abgesehen von meinen Grandvatern und so, aber im Großen und Ganzen bin ich recht dankbar, mir geht es gut. Und er hat gesagt, naja, ihr kennt da ganz andere Zwillingsmütter, die nicht so fröhlich reinkommen. Wow, da sind die Mücken, aber dafür umso Ärger, naja, mal durch. Und es gibt, also 30. Schwangerschaftswoche ist jetzt doch schon ein Zeitraum, wo das eine oder andere Zwillingskind andeutet, rauszumöchten aus der Mama. Aber im Großen und Ganzen, bei mir merke ich eigentlich noch nichts. Bin ich auch recht dankbar, die sollen so lange wie möglich drinnen bleiben. Okay, also, ich hatte ja vor zwei Wochen, zwei, drei Wochen, einen Zuckerbelastungstest und eine neue Blutentnahme im Blutlabor. Da sind eigentlich alle Werte extrem gut. Nur mein Eisenwert ist 9,6 statt 12 bis 16. Das heißt, ich muss jetzt, ich habe ein Rezept gekriegt mit einer hochdosierten Eisenergänzung, um diesen Mangel auszugleichen. Vielleicht bin ich ja deswegen ein bisschen müder als erwartet. Und ja, das werde ich dann einfach mal machen. Dann, meine Zuckerwerte sind top, hat er gesagt. Da bin ich extrem dankbar, weil ich habe nämlich am Tag vorm Zuckerbewertungstest, also, ich habe total vergessen, dass ich am nächsten Tag den Zuckerbewertungstest habe und nüchtern sein muss. Und habe spät am Abend echt noch gescheit gejausend und noch was Süßes gegessen. Aber die Werte waren trotzdem top, also bin ich sehr, sehr dankbar. Manche Menschen neigen ja dazu in der Schwangerschaft, dass da die Zuckerwerte ein bisschen durcheinander kommen. Und die kriegen dann auch manchmal später im Alter Zuckerprobleme. Also, von daher bin ich froh, dass ich bei allen drei Schwangerschaften, auch bei den Zwillingen, mit dem Zucker keine Probleme habe. Ich passe aber auch recht auf, muss ich sagen. Also, das war halt gerade ein blöder Zufall, dass das am Tag davor passiert ist. Aber die Werte haben trotzdem gepasst, also bin ich recht dankbar. Okay, dann, das nächste war, wir haben eine Vaginaluntersuchung gemacht, weil ich einen ziemlichen Druck nach unten habe. Aber der Muttermund ist super geschlossen, also überhaupt kein Problem nicht. Und der Arzt hat mir empfohlen, Magnesium noch zusätzlich einzunehmen, damit sich das positiv auf den Druck nach unten auswirkt und das ein bisschen gelindert wird. Dann haben wir beim Ultraschall, hat der Arzt berechnet, man sagt aber plus minus 10 Prozent bei der Größe und Gewicht von den Kindern. Die sind circa 1,3 Kilogramm, also so gut entwickelt wie ein Einlingskind, wo ich auch extrem dankbar bin dafür. Sowohl das Mädchen als auch der Junge, die Alisha und auch der Ansgar sind ziemlich gleich groß, gleich schwer. Ja, super, gell? Dann die Lage ist so, dass wenn man jetzt, also wenn da jetzt das Becken unten ist, die Alisha ist eher so mit dem Rücken nach unten und die Beine nach oben Richtung Rippen. Und der Ansgar, also Kopf an Kopf, ist dann so oben drüber. So, das hat er mir so erklärt. So ist gerade die Position von den Kindern im Bauch. Dann hat er mir empfohlen, noch Vaginalkapseln einzunehmen auf Milchsäurebasis, um ganz einfach das Problem, dass irgendwelche schädlichen Bakterien oder Entzündungen bilden können, zu vermeiden. Und damit einfach die Vagina gesund bleibt, dass man keine Entzündungen kriegt, keine Schmerzen zusätzlich sich auftun. Ja, also wie gesagt, das sind einfache Milchsäurebakterien, die man in der Apotheke holt. Und ansonsten auf der Waage beim Frauenarzt habe ich mich gewogen, das mache ich ja nur im Krankenhaus und beim Frauenarzt, bin ich jetzt auf 87 Kilo. Das heißt, ich habe jetzt 10 Kilo zugenommen, bis in die 30. Schwangerschaftswoche, wo ich auch sehr dankbar bin. Ich erwähne es ja immer wieder, ich habe in der 1. und 2. Schwangerschaft extrem viel zugenommen, 24 bis 30 Kilo und schaue natürlich jetzt schon recht drauf, dass mir das nicht nur mehr passiert, weil das Ganze wieder runterbringen, ist schon echt mühsam. Okay, dann habe ich mir eine Überweisung geben gelassen, weil wir ja jetzt in einem anderen Bundesland Haussitting machen und das nächste Krankenhaus, die Zwillinge auch spontan entbinden, ist ca. 40 Minuten weg von hier. Und da werde ich in den nächsten 1-2 Wochen mal vorbeischauen, mir alles anschauen mit dem Attila, mit den Kindern, dass wir einfach mit dem Krankenhaus vertraut sind. Und alle nächsten Untersuchungen, Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, Kontrollen, mache ich in diesem Landeskrankenhaus, die eben auch Zwillinge spontan entbinden und nicht gleich grundsätzlich einen Kaiserschnitt machen. Telefoniert habe ich mit einer schon, aber jetzt wird es halt ernst. Okay, was haben wir noch? Der Muttermund ist super geschlossen, das habe ich glaube ich eh schon erwähnt. Druck nach unten, Magnesium hilft, sagt der Arzt, das werde ich machen. Okay, bei der Rückreise gestern am Abend sind wir auf der Westautobahn in einen Stau geraten, weil gerade vor uns ganz frisch ein Unfall war. Und da habe ich gemerkt, dass lange Sitzen im Auto nicht mehr mein Ding ist. Also 2, 2,5, 3 Stunden geht gar nicht mehr. Abgesehen davon, wie oft man stehen bleiben muss, weil ich aufs Klo gehen muss. Aber man merkt, also jetzt merke ich echt schon, boah, jetzt die Kraft muss man sich jetzt gut einbauen auf den Tag verteilt, dass man nicht zu viel Energie verpufft und dann einfach in den Ecken liegt, als wie wenn man fast im Koma wäre. Also bin ich echt, ja, schön langsam merke ich, dass ich wirklich schwanger bin. Dann am Wochenende sind unsere Burschen beim Geburtstag eingeladen, wo auch die Eltern zum Übernachten mit eingeladen sind, also von Freitag auf Samstag. Ich habe aber mit dem Attila besprochen, dass ich nicht mitkommen werde. Ich werde noch das Geschenk cool einpacken. Das zeige ich euch dann einmal, wie wir das einpacken. Aber wenn ich in der Nacht alle halbe Stunde, Stunde aufs Klo rennen muss, bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich das in den eigenen vier Räumen oder beziehungsweise daheim machen kann und nicht die ganzen anderen Familien und so mitbelästige. Also von daher werden meine Männer die Geburtstagsfeier von Freitag auf Samstag ohne mich verbringen. Ja und um die, wir packen jetzt das Geburtstagsgeschenk ein. Und zwar, also das was draußen herz ist das Schleifen vom Attila und vom Adel Berber, weil die Schleifen ja gerade die Hausnacht. Okay, und zwar der Junge wird elf Jahre alt, ist sehr wissbegierig und experimentierfreudig. Jetzt haben wir ihm so ein Kristallzucht-Set gekauft. Dann haben wir sogar vegetarische Kohlapflaschen gefunden. Das ist eine ziemliche Ladung, die wir das so verrichten, eine große Ladung hat. Und dann haben wir da noch Staccato und Domino als Holzspiel. Das finde ich ganz cool. Und zwar werden wir jetzt alles so in einzelnen Kartons verpacken. Und dann kommt das alles in diesen Karton rein. Jeder Karton wird einzeln bunt eingepackt. Und ganz zum Schluss kommt das dann alles in den großen Karton rein. Und dann hat man eine riesen Überraschung, dass man sich von Geschenk zu Geschenk durchgebeiten muss. Also ich bin ziemlich viel beschäftigt. Ja, aber mit Achten für das Geburtstagsgekennen ist das eine coole Sache. Also dann danke fürs Zuschauen. Ciao.